Ich glaube, Knollmann, der Knollmann, der ist eigentlich hier weg. Weil er hat einen Verkleck für uns. Oh, das ist ein Apfel. Was? Oh, das ist ein Apfel. Oh, da muss ich jetzt mal ganz schnell die Socken anziehen. Oh, ganz schnell die Strumpfe anziehen, die Schuhe anziehen. Yes. Oh, ganz schnell. Oh, da ist ein Apfel, kein Apfel, glaube ich, das gedacht. Weißt du was, wir verstecken uns schnell. Ach, komm, ein Apfel. Ich denke, Knollmann, der Knollmann, sicherlich knapp, wir gehen gar nicht mal schnell. Wir verstehen uns mal, was wir tun jetzt. Ach, komm, schön. Mama! 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 Eine kleine Pause schwingt, ich zieh den Schläger hinterher. Wenn ihr sich so beruhig sein seid, mich loslässt und mich wieder fängt. In dieser Welt und ihren Schweigen eine kleine Pause schwingt. Verschneit, verschneit, die Zeit verschneit, weit fliegen die Gedanken. Was sich nicht wie übt, die alten Gleise und die Zäune und die alten Schranken verschneit. Was willst du mehr von Leben? Traum und Ecke, leucht ein Lied. Hey, was willst du mehr von Leben? Traum und Ecke, leucht ein Lied. Und den Reik und sauren Reiß, die an den Erkennen. Hey, was willst du mehr von Leben? Ja, was willst du mehr von Leben? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020